Herbold Schneidmühlen der SB-Baureihe – die neue Mühlengeneration Zum Zerkleinern von Kanistern und Flaschen oder zum Nachzerkleinern von vorgeschredderten Kunststoffen hat Herbold eine neue Lösung entwickelt. Überzeugend durch besondere Eigenschaften besondere Vorteile und besondere Wirtschaftlichkeit. Das Material fällt nicht mehr direkt in die Malkammer, sondern wird durch eine Förderschnecke horizontal dem Rotor gleichmäßig zugeführt. Durch die konstante Lastaufnahme des Rotors entstehen deutlich geringerer Verschleiß, weniger Feingut und Staub im Mahlgut. Besondere Vorteile ergeben sich durch die rationelle Belademöglichkeit des Speicherbehälters mit der automatischen Verarbeitung großer Mengen, verbunden mit einem hohen Sicherheitsniveau. Mit klaren Argumenten für die besondere Wirtschaftlichkeit. Gegenüber herkömmlichen Schneidmühlen gleicher Leistung ergeben sich überzeugend bessere Werte. 50 bis 150 Prozent höhere Durchsatzleistung, 30 bis 50 Prozent geringere Energiekosten, deutlich geringere Ersatzteilkosten. Lieferbar in fünf Baugrößen mit bis zu acht Tonnen Durchsatzleistung in der Stunde. Die neue Schneidmühlengeneration von Herbold-Mekkesheim. Mit überzeugenden Ideen, um Zeit und Geld zu sparen.